Sol Sol ihr Lieben und Willkommen bei einem neuen Let's Play Die Sims 4 Elternfreuden. Momentan sind wir bei den Chans zu Hause und bei der letzten Folge habe ich die Kids endlich zu Schulkindern machen können, Gott sei Dank. Man sieht es natürlich noch nicht ganz, denn den kleinen Tosun muss ich jetzt erst noch mal ein bisschen schicker gestalten. Also gerade diese Häschenpantoffeln sind echt ganz fies. Seine Schwester hat sich schon hingelegt, die hat vorhin so richtig viel Hausarbeit noch mitgemacht, deswegen ist sie jetzt auch ein bisschen müde. Beide haben glücklicherweise jetzt auch ihre Hausaufgaben fertig und der gute Erbei ist natürlich sehr selbstsicher dadurch, dass er zum einen bei den Hausaufgaben geholfen hat, zum anderen seine Kinder gut aufgewachsen sind. Da bin ich schon auch echt froh drüber. Aber Papa ist jetzt müde, der muss langsam mal pennen gehen. Und hey, er darf endlich mal schlafen, ohne dass ihn die Kids aus irgendeinem Grund wach machen, das finde ich auch schon richtig gut. So, du darfst jetzt so ein bisschen Hausarbeit machen, räum mal ein bisschen weg. Junge, ne? Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Äh, okay. Er ist definitiv Papas Sohn. Ach nee, nee, Quatsch. Ich dachte schon, er geht hier ins Bad, um dort irgendwie aufzuräumen, aber Gott sei Dank, er macht's nicht. Er macht das glücklicherweise in der Küche. Oh Mann, also ich dachte echt so, das wird jetzt hier schon wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, er macht das wie Papa. So, manieren, das ist schön. Das kann man den Kids nicht früh genug beibringen. So, erstmal aufs Klo. Dann kann er auch selbst in die Wanne. Das finde ich echt das Beste, dass Papa jetzt bei diesen ganzen Sachen nicht mehr dabei sein muss, sondern die Kids das selbsttätig erledigen können. Und zur Not sollte ich tatsächlich die Kontrolle so weit abgeben, dann auch das Ganze alleine machen. Das ist so schön. Ach, wunderbar. Und er darf endlich mal schlafen. Das Beste ist, der nächste Tag, das ist ein Mittwoch, da werden beide Kids zur Schule gehen und ich kann mit Erbei endlich mal raus von zu Hause und sich die Stadt angucken lassen oder sonst irgendwas. Also ich denke mal, ich werde ihn schlicht in die Großstadt nach San Mishuno schicken, damit er da mal ein paar Leute kennenlernen kann, ein bisschen Spaß haben kann und generell etwas ausspannen, weil die letzten Tage, da hat er sich ja wirklich 24-7 um die Kids gekümmert und seine Bedürfnisse waren so am Boden, der arme Kerl. Also er tut mir immer noch leid. Aber er hat es geschafft. Die Kids wurden ihm weder weggenommen, noch ist irgendwelches größeres Ungemach passiert. So, dann lassen wir das hier nochmal ein bisschen schneller laufen. Ne? So, du darfst jetzt... Oh ja, oh ja, wir brauchen dringend ein Makeover für den guten Torson, weil das geht gar nicht, dieses Styling. So, Outfit planen. Lass uns doch mal ein bisschen was Schickeres machen. Die Frisur ist ja ganz okay, aber die Klamotten, puh, geht gar nicht. So. Oh, also ernsthaft, nee. Ah, er sieht doch ganz schick aus. Das wird doch ein richtiger Checker, wie sein Papa. Was nehmen wir denn da? Na, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so furchtbar kitschig irgendwie. Was gibt es denn hier für Auswahl? Mal schauen. Mit Hund, Affe, Kätzchen, Roboter. Naja, ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? Na, rosa steht dem nicht so gut. Das ist doch okay, oder? Gibt es irgendwas mit Lesen? Weil er liest doch ganz gerne. Wobei, das hier jetzt auch nicht schlecht. Ah doch, ich glaube, das können wir lassen. So, dann kriegt er aber eine gescheite Hose. Oh, das ist gar nicht so schlecht hier. Schauen wir mal, ob wir das noch in einer passenden Farbe kriegen. Ach nee, in braun sieht das kacke aus. Grau? Hm, hm. Ja, ich weiß nicht. Das macht mich jetzt nicht so glücklich. Ah, das geht auch hier. So, und jetzt noch irgendwie ein bisschen passende Schuhe. Wenn es die in... Ah, die gibt es leider nicht in braun. Sonst hätte ich die in braun gegeben. Oh, Sporttu. Oh, das ist nicht schlecht hier. Ja, das ist doch okay. Ich habe mir nämlich jetzt dieses neue Fitness-Pack geholt. Da sind natürlich auch noch ein paar schicke neue Sachen mit dabei. So, machen wir ihn doch mal ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott. Also manchmal sind diese Zufallssachen echt grauenvoll. Geht ja gar nicht. So, erst mal ein schickeres Hemdchen oder so. Wie wäre es mit sowas? Oh, nee. Fliege. Oh Gott, Fliege geht gar nicht. Das ist doch okay. So, schauen wir doch mal, ob wir die Hose auch in weniger Kacke kriegen. Ach, das ist doch... Das ist doch ganz nett so. So. Schwarze Schuhe. Oh, ja. Das passt doch. Kann man so lassen. So, Sportdress. Das ist ganz okay. Nur passt das halt wieder so richtig gar nicht. Also, so. Oh, machen wir das doch so. Das ist okay. Und dann vielleicht noch nicht grün, sondern rot. Oh, rot ist doch ein netter Farbklecks. Ja, das nehmen wir so. Okay. Ah, erst mal diese furchtbaren Häschenpantoffeln weg. Die sind ja wirklich grauenvoll. Mein Gott, wer hat diese Dinger hier implementiert? Das geht gar nicht. Ah, okay. Das ist jetzt mal so richtig der killerbunte Mega-Schlafanzug. Oh, das ist ja eigentlich... Na, ich weiß nicht. Sehr Blümchen-lastig irgendwie. Hm. Das sind ja alles so Kreischfarben irgendwie. Oder ich geb ihm einfach ein normales T-Shirt oder so. Das ist doch okay. So, dann mal das Höschen. Wie wär's mit einer schlichten Schlafanzugose? Was ist das? Da ist irgendwelches komisches Gebimsel drauf. Ah, wie wär's mit Braun. Ah, das sieht doch okay aus hier. Ne? Warum nicht? So. Ach du Kacke. Oh Gott, oh Gott. Nee, also das können wir dem armen Kerl nicht antun. Da wird er von den anderen Kids ganz bestimmt nur gedisst, wenn er sowas trägt. Und Flipflops zum Ausgehen. Ist klar. Alter Schwede. Weil ich jetzt den Pulli gar nicht so scheiße finde irgendwie. Das ist mal ein bisschen was anderes. Die Hose ist auch okay. Nur diese Schuhe, das gibt gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Gib mir ihm doch mal irgendwas Lockeres. So? Oh, ich denk, das kann man sehen lassen. So, braucht er noch was zum Schwimmen. Ne rosa Badehose. Oh Gott. Also die wollen echt, dass der Schulschläger den Jungen hier verprügelt oder so. Ach, die sind da alle irgendwie nicht so. Mal gucken, was es hier gibt. Oh, mit Schlange. Die ist auch nicht schlecht. Fünf. Hm. Mit Flammen drauf. Aber irgendwie, das fand ich jetzt doch ganz cool hier so. Ja, doch, das hat Style. So, mal gucken. Können wir noch irgendwie ein bisschen was an der Frisur machen vielleicht? Aber es gibt gar nicht so viele Kids-Frisuren. Schade eigentlich. Mal schauen, wie er hier aussieht. Oh, sehr frech. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das finde ich gar nicht so schlecht hier. Für jemand, der so wispelgierig und kreativ ist, wie er. Warum nicht? Oder mit... Oh Gott. Nee, das geht gar nicht. Alter, wer hat denn diese Frisuren gewastelt? Gibt's das auch in weniger? Furchtbar. Nee. Hm. Also irgendwie finde ich das witzig. Aber in nicht ganz so bunt ist das auch okay. Ich glaube, die Haare färbt er sich dann, wenn er Teenager ist. Äh, nein, ich möchte diese Frisur auch dauerhaft gerne haben. Na, hat er die jetzt? Boah, das ist doch so ein richtig schicker Junge hier. Alter, den werden die Mädels auf der Schule wirklich mit Kusshand nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Super. So gefällt er mir. Wir können doch nicht Papa den Checker richtig schick machen und die Kids dann daneben her vergessen. Das geht gar nicht. Nee, nee. Die müssen natürlich auch noch was aussehen. So. Dann kenne ich jemanden, der auch so langsam mal ins Bett sollte, weil wir haben jetzt immerhin schon 10 Uhr. Wobei, er könnte noch was essen. Öffnen. Vielleicht einen Kuchen oder so? Ein Stück nehmen. Nimm doch einen Kuchen. Ist immerhin deiner. Oder, nee, der weiße war der von seiner Schwester. Aber das macht ja nix. Hauptsache, das Zeug kommt weg. Bevor es schlecht wird. Papa hat sich auch so angestrengt, das Zeug zu backen. Das war aber eher so Wutbacken oder so. So sehr, wie er mit der Schüssel da rumgewirtschaftet hat. Ach ja, so ein bisschen Torte. Na, riecht gut, ne? Mhm. Nom, nom, nom. Was sagt das Hungerlevel? Das schwindet sehr gut. So, dann kenne ich doch jemanden, der hoffentlich den Teller wegräumt. Ja, braver Junge. Sehr gut erzogen. Das machen wir hier schon richtig. Das läuft doch. Schick, schick. Manieren. Okay, Junge. Jetzt geht's ab ins Bett. Ich bin echt begeistert. Papa kann endlich schlafen. Das ist schon sehr, sehr schön. So, mal gucken, wie geht es Aleph? Uh, da muss jemand ganz dringend... Oh, war ja. Aufs Klo. Ne, ne, du gehst erst mal pinkeln, Mädel. Pinkeln. Hopp. Oh, ja, ich weiß. Armes Mädchen. Ja, das muss jetzt erst mal raus hier. Dann würde ich mal sagen, legst du das hier weg. Immerhin ist die Musik gut. Da hat man ja schon mal Spaß dran. Ähm, dann könnte sie irgendwas essen. Was geht denn? Oh, schnelle Mahlzeit können die Kids ja auch essen. Ich glaube, dann sind jetzt mal Cerealien angesagt. Bevor hier der Hunger den Magen in die Knie zwingt. Und ich muss dringend dem guten Tosun besser beibringen, dass er ein bisschen Kochen noch lernt. Kann ja nicht sein, dass er dann dauernd irgendwie fieses Essen produziert. Die Kids wollen ja zukünftig auch was Gescheites haben. So. Na? Hol dir mal ein bisschen Cerealien rein damit. Fruchtloops sind vielleicht nicht die beste Form der Ernährung, aber ich glaube, es schmeckt immer noch besser als alles, was dein Papa irgendwie fabrizieren kann. So. 1,56. Sie ist immer noch wach. Ah, verdammt. Okay. Ich glaube, ich fühle dann eben noch den Magen ganz auf. Milch. Milch ist gut fürs Wachstum. Rein damit. Nom, nom, nom. Okay. Es ist faszinierend, wie lange man brauchen kann, um Milch zu trinken. So, dann darf hier jemand in die Wanne baden. Hey, wir haben zumindest ein bisschen nächtliche Beschallung hier. Passt. Ah. Und ich muss dringend irgendwas für den, ähm, für die Haushaltskasse machen, denn der gute Erbei hat ja keinen Job momentan. Okay, sie hat Spaß beim Baden. Sehr verspieltes Mädel. Glücklich? Die gute alte Zeit, die sorglosen Tage als Kleinkind waren doch die schönsten. Okay. Ach was. Jetzt kommt's doch erst mal so richtig spaßig hier. Platsch. Okay, sie hat Spaß. Man merkt das schon. So, wie wär's mit ein bisschen tanzen? Na? Komm. Kannst ein bisschen Fun haben hier. Sie hat Spaß dran. Oh ja. Och, so ein glückliches Gesicht. Das gefällt mir. Tanzen ist definitiv was, was sie mag. Das find ich richtig gut. Irgendwie schön. Aha. Da hat jemand Laune. Das ist doch mal super. Na gut, die Musik ist jetzt nicht so der Burner, wo man sagen würde, okay, super tanzbar, aber was soll's. Uh. Da kommen jetzt schon die ersten Moves. Das find ich ja mal geil. Ah. Ah, sie lernt hier gerade Motorik. Oh, das find ich ja cool. Das find ich ja mal richtig cool. Das stimmt ja, der Balken hätte mir das auch sagen können, dass da gerade irgendwas gelernt wird. Aber hier ist sie voll am abdänzen. Sehr geil. Yeah. Das ist doch mal launig. Cool. So, nachdem aber dann irgendwann demnächst die Schule ansteht. Oh, mal gucken, wie geht es Papa? Oh je. Okay, da müsste jetzt mal jemand aufstehen und dringend aufs Klo. Eieiei. Oh, ho, 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 ho. Ach, der lieber Himmel. Ja, nee, der hat nicht so viel Spaß gerade. Und Badewanne wäre dann auch mal so ein Thema. Ich muss hier dringend mal eine Dusche beschaffen, weil das Baden dauert dann doch immer so furchtbar lang. Aleph kann jetzt andere Sims um Tipptipps bitten. Okay. Was auch immer Tipptipps sind. Aber zumindest hat sie sehr viel Spaß. So, gucken wir doch mal. Der ist jetzt mit Schlafen eigentlich fertig. ähm, ich denke mal nach der Badewanne darf Papa dann irgendwie Frühstück machen. Huch. Oh. Er ist inspiriert aufgewacht. Och, das ist ja schön. Cool. Ach komm, spiel doch ein bisschen mit deiner Katze. So ein bisschen zumindest. Na? Ja, du bist kreativ. Du machst das hier. Ach, das ist so cool. Diese Bilder werden ja immer cooler hier. Geil. Tozon erlangt mehr Zufriedenheit, wenn er auf einem Piratenschiff Spielturm spielt. Okay. Okay. Das Ding gibt es, äh, ich glaube auf diesen, auf den öffentlichen Spielplätzen. Muss ich mal gucken. So, Papa. Du bist jetzt gleich fertig. Du machst dann mal Frühstück. Frühstück servieren. Äh, äh, äh. Irgendwas Simples, was man nicht verkacken kann. Wie wär's mit Rührei und Toast? Ah. Irgendwas, was die Kids hoffentlich essen können. So, geh mal hier ran. Weil die müssen ja irgendwann demnächst in die Schule. Wann geht denn die Schule los? Um 8 Uhr, okay. 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 So, Papi macht hier jetzt brav sein Zeug. Das finde ich schon mal gut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, die Schüssel bringt dich nicht um, Junge. Musst du keine Angst haben. Die springt dich nicht an. Oh Gott, oh Gott. Er ist, er ist echt nicht, äh, kochen ist nicht sein Ding. Zumindest ist es diesmal popelfrei. Ich bin ja schon richtig begeistert. Na, 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 kriegen wir dorthin? Jawohl. Bitte lass es nicht anbrennen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird jetzt sicher nicht lustig. Komm, mach mal schneller. Die Kids haben sicher Hunger. Oh je. Oh, das ist ja süß. Okay. Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Ach du Scheiße. Und ich habe jetzt als Auswahl für die Antworten Arbeite weiter daran, Übung macht den Meister oder konzentriere dich auf andere Themen. Hm. Ich denke mal, Arbeite weiter daran ist jetzt nicht verkehrt. Okay. Der Rat von Arbeite hat die Charakterwerte von Tosun beeinflusst. Die Verantwortung steigt und die emotionale Kontrolle sinkt. Oh. Oh je, oh je, oh je. Na komm, macht das fertig. Die Kids haben Hunger. Oh shit. Das gibt kein Frühstück hier. Ich fürchte, das wird jetzt irgendwie, das war zu langsam. Hm. Verdammt. Okay. Das ist nicht gut. Okay. Na komm, nimm zumindest ein Gericht und ja, der gute Tosun hat sich schon was selber geholt. Ach, der hat eine Torte geholt. Das ist auch okay. Passt. Mal die Torte zum Frühstück. Ah, wir schaffen ein Familienfrühstück. Ich bin begeistert. Guckt euch das mal an. Super. Okay, Tosun ist jetzt gleich erstmal zur Schule und Aleph muss erst noch fertig essen. Na, so ein bisschen essen geht noch. Na, so noch ein bisschen Zeit haben wir. So, genug. Ab zur Schule, Mädchen. Papa macht das schon. Zumindest war das Essen wohl dieses Mal normal. Er hat es mal nicht versaubeutelt. Ich bin so begeistert. Okay. Okay. So. Erwey. Na? Dann packen wir das in den Kühlschrank und der ganze andere Kram wird aufgeräumt. Upsa. So. Und dann gehen wir endlich in die Stadt. Wir gucken mal, was wir da so finden. Na, erstmal hier Zeug runter. Genau. Genau, noch ein bisschen spülen. Und dann sind wir endlich fertig. Das finde ich jetzt cool. Wir haben Zeit. Wir können irgendwo hingehen. Hier. Ja, warte mal. Blödsinn. Ich möchte doch reisen. Mal gucken, ob ich noch jemand mitnehmen kann. Mal gucken, ob ich noch jemanden mitnehmen kann. Ach, egal. Ich fahre einfach. Wie nehmen wir denn mit? Ich glaube, der wird tagsüber nicht gegrillt. Das wäre doch mal was. Wir werden Caleb dort treffen. Ja, wo dort? Wir werden in die Stadt fahren. Nach Sen Mishuno. Sen Mishuno, genau. Wo ist es denn cool? Lass uns doch mal zum Gewürzmarkt gehen, weil das ist eigentlich ein cooles Ding. Das ist ein schönes Viertel. Ich mag das ganz gerne. Hallo? Muss ich zur Karaoke Bar extra hinfahren? Na gut, dann fahren wir halt dorthin. Na gut, also ab zur Karaoke Bar passt schon. Man kann ja auch wieder rausgehen, das ist ja nicht das Problem. So, lasst uns mal reisen. Na gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis es geladen ist, weil das doch ein recht großes Gebiet ist. Aber das macht ja nichts. Kriegen wir alles hin. Uh, da sind wir. Hallo Caleb. Lass uns doch erst mal so ein bisschen miteinander reden. Nach Tagfragen. Wir sind doch gute Kumpels. Geben wir etwas Zuspruch, genau. Okay, zwei nette Typen, die irgendwelche Dinge tun. Hüftstoß. Oh ja, lass uns mal einen Hüftstoß machen. Ja, wir sind Bros, genau. Und jetzt geht's mal in den Karaoke Club. Wir machen jetzt mal Karaoke, genau. Duett singen mit O Country mit Caleb. Oh Gott, das wird so grauenvoll. So, dann lasst uns doch mal anschauen, wie die beiden Herren das mit dem Karaoke hinkriegen. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Ich hab echt Angst. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Typen, die nicht singen können im Duett. Oh Gott. Zumindest haben sie Spaß. Ja, da geht der Spaß hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, jetzt lass ich sie mal. Na, sind wir fertig? Okay. Es ist auch noch niemand reingekommen und hat sie rausgeschmissen oder so. Oh Gott, wie herrlich. Sehr geil. Oh Gott, du hast komische Anwandlungen, Caleb. Wir könnten ja auch mal einfach rausgehen und ein bisschen was in der Stadt machen, weil hier gibt's doch einiges zu tun. Oh ja, hier gibt's viele Möglichkeiten. Das ist auch das, was ich an diesem Gewürzfestival, Gewürzviertel so toll finde. Das ist einfach schick. Also man hat hier immer ein bisschen was anzugucken und es ist schön gestaltet. Oh, ist hier gerade ein Festival? Oh ja, man darf Zeug probieren. Cool. Ist das tagsüber? Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie abends. Aber egal, das macht ja nix. Wir haben ja hier kein Problem mit. Wir können uns das ja alles angucken mit. In aller Ruhe. Oh, das fiese Curry probieren. Mal gucken. Zusammen bei der Curry-Herausforderung mitmachen. Das ist doch eine gute Idee. Na kommt, Jungs. Wir werden jetzt mal ein bisschen Curry essen. Wahrscheinlich kotzt der gute Calip sowieso, weil Vampire essen ja nix. So, Erweil, na? Jetzt machen wir mal richtig krasse Sachen hier. Mit dem Curry. Okay, es schmeckt ihm nicht. Es ist ihm zu krass. Na? Kriegen wir es runter? Nee, nicht so wirklich. Sie sind beide so ein bisschen am Abkacken. Okay. Gut, riechen tut es ja, aber es ist wohl ein bisschen scharf für ihn. Ah, sehr geil. Scheibs. Na? Schaffst du deinen Curry, Junge? Na, gerne. Na, mach mal hin. Irgendwie mag es nicht. Na komm, iss dein Curry mal fertig. Uh. Cool, hat er jetzt gewonnen. Erweil hat das schärfste aller scharfen Gerichte gegessen. Er kann nun damit angeben, der neue Curry-Champion zu sein und hat ein cooles neues T-Shirt gewonnen. Sieh beim nächsten Mal, wenn du ein Outfit planst, in seinen Kleiderschrank nach. Alter, wie krass. Er hat das voll runtergekriegt. Noa, iss doch mal was. Und damit verabschiede ich mich von unserem neuen Curry-Meister, der mit diesem richtig geilen T-Shirt hier rumsteht. Und wir werden einfach beim nächsten Mal noch ein bisschen Abenteuer in der Stadt erleben. Macht's gut bis dahin und tschö.